Hi, wenn du diese fünf Brötchen innerhalb 30 Sekunden an jemanden verkaufen kannst, bekommst du einen 30 Euro Gutschein von uns. Okay, ja, ich versuch's. Okay, perfekt, dann hast du hier schon mal deine Brötchen und dann geht's jetzt los. Ich glaube, ich versuch's bei denen. Also ich versuch's einfach mal. Hi, ich hab die Aufgabe, diese fünf Brötchen innerhalb von 30 Sekunden an jemanden zu verkaufen. Dann hättet ihr irgendwie ein bisschen Kleingeht oder sonst irgendwas, um die Brötchen zu kaufen? Perfekt, du hast es. Ja, dann bitteschön. Perfekt, du hast es sogar in 26 Sekunden geschafft. Und wenn ihr auf die Tüte guckt, wenn ihr ein Bild auf Instagram postet, wie ihr die Brötchen esst, dann könnt ihr noch einen 25 Euro Gutschein von uns gewinnen. Und du kriegst schon mal deinen 30 Euro Gutschein von uns. Dankeschön. Ciao.